Ah! Was ist denn die Angst? Wir werden sie nur ein bisschen untersuchen. Bleiben wir weh. Das hat ja auch keiner gesagt. Das hat ja auch keiner gesagt. Wir haben die Beschwerden bekommen. Wir wollen doch mal drauf da. Wir haben das erste Narkose. Narkose? Nein. Noch, noch besser. Schwester. Schwester. Dritte Narkose. Wir brauchen keine Narkose. Wir brauchen keine Narkose. Wir brauchen keine Narkose. Die Narkose. Die Narkose. Die Narkose. Schöne Scheiße. Ja, 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 ja.